Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Die 72. glaube ich. Ihr habt da gerade wahrscheinlich was leuchten sehen. Das sind nur die Shader Bugs. Und ja, ich finde hier nicht raus. Den Höhlen-Spiel-Spawner kann ich euch nochmal zeigen. Der war hier. Hier sind ein paar Höhlen-Spinnen und halt ein Swawner, also eine Höhlen-Spiel-Spawner. Oh. Ja, das ist halt das Problem. Ich muss immer eine Fackel setzen, bevor ich betteln kann. Sonst sehe ich nichts. Oh nein, ich weiß nicht. Lol. Okay. Ja. Jetzt erinnere ich mich an was. Weil es war doch... Ich bin auch immer... Ich bin so schlecht, ne? So, ich bin auch immer von oben reingefallen. Das kann dann nur von hier... Also reingegangen. Oh ja, ich hab den Weg schon. Okay. Ich hab hier Gold gefunden. Oh, scheiße. Ey, mein PC arbeitet grad MegaCut, grad nur 13 FPS. Wieso? Keine Ahnung. Shader vielleicht. Ja, Shader, Texture Pack. Oder gleich die Dias? Oh, nee. Ja, weißt du, das ist... Der muss die ganzen glänzenden Texturen laden. Hier! Ja, das war die Unterwasserhöhle! Stimmt! So, Leute. Also, merkt euch. Unterwasserhöhlen können auch interessant sein. Blödsache, ich keine Dias gefunden hab, aber dafür zwei Lava-Säden auf Höhe 10 und so alles. Und... Du kannst ja noch woanders weiterfahren. Hier sind du wieder auf der Wunsch. Nee, also, ganz ehrlich, das ist mir jetzt zu viel. Du kannst ja noch wieder ins Fernsehen fahren. Ja, kann ich machen. Das mach ich lieber. Da kann man sich nicht so hart verirren. So, dann hier lang. Hier ist ja wieder der... Das Birch Forest Biom sollt hier sein. Biom... River. Da drüben ist übrigens das Ozean-Biom. Haben noch zwei volle Spitzsacken. Und ich hab grad nur... nur 20 FPS. So, das ist jetzt Birch Forest Biom. Oh, es wird schon wieder Nacht. Aber ich werd wahrscheinlich... Am nächsten Tag frühs... Da sein. Ich liebe diesen Shader so... So sehr. Das geht mir total weiter. In der Höhle. Ich hätte jetzt einfach nichts gesehen. In der Aufnahme wär's noch schlimmer. Scheiße, hab ich mich jetzt etwas verlaufen. Verlaufe ich mich jetzt grad etwa? Auf der Aufnahme ist es nochmal alles dunkler als das Problem. Ja, deswegen sieht man in der einen Folge zum Beispiel ein Display 66, glaub ich, oder so. Wo ich halt einfach in der Höhle... Kann auch 64 sein, oder so. Wo ich halt einfach ziemlich lang in der Höhle bin. Okay, jetzt kann ich hier keine Fackel hinsetzen. Hier so. Für euch, dass ihr was seht. So, ich hör ein Hühnchen laufen. Dieses Tick-Tick-Geräusch. Tick-Tick. Oh, Mann. Ich bin ein Hühnchen. Tick-Tick. Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick. Ich bangle, okay. Scheiße. Tick-Tick. Nein, ich weiß nicht... Ah, hier ist die Fackel. Oh, und? Oh. So. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich müsste halt mal auf den Baum springen hier. So. Mal gucken. Oh, das leckt echt hart gerade. Ich bitte euch, das zu entschuldigen. Alles klar. Seht ihr diese Lichtbugs? Die stören nicht. Oh mein Gott. Ich glaube. Oh, das leckt gerade echt hart. Ach. Ich geh jetzt ständig mit meinen 800 SPS durch. Ich hab ja auch kein Städter drin. Ja, ich halt gerade schon. Ja, perfekt. Da bin ich wieder. Guck, jetzt ist wirklich total alles hell. Unter Wasser. Oh, scheiß ein Skelett. Ich probiere hier dann immer unterzutauchen so ins Wasser, aber weißt du was? Ich hab keinen Bock da drauf. Da ist es. Ah, das muss ich jetzt nicht tot sein. Hier sind die Kaninchen und dann muss ich einfach nur da lang. Ja, hier sind die Failhöhlen aus der 70. Folge. Ja. Wir müssen offscreen noch so viele Witter-Skelett-Shadow farmen. Drei Stück? Ja, wir haben vorhin in der 75. Folge. Den Witter-Boss zu besiegen. Nein, wir haben vorhin in der 75. Folge. Okay. 20. 75. Folge. So, wir nehmen gerade so die, äh, was weiß ich, zu unsitzenden da auf, nur in der 75. Folge. Nein, ich hab gemeint, wir wollen in der 75. Folge den Witter-Boss besiegen. Oh, hier ist eine Höhle, die hatte ich vorher voll übersehen. Wir sind gerade im Let's Play. Also soll ich rausgehen? Hi Sven. Ne, kann's gerade drin bleiben eigentlich. Ich hab keinen Bock mehr auf Höhlen. Ich nicht? Ich fahre jetzt doch. Wie, dann geht die Folge schon? Ja, nee, komm, ich geh wieder, ne? Also dann. Die Folge geht erst 6 Minuten. Geh durch. So. Hier ist noch eine Höhle, die wir forschen können, aber ich hab jetzt einfach keinen Bock mehr drauf. Ich markier sie mit einem Deutkreuz. Ja. Ja. Hey, es liegt gerade echt extrem. Man macht den Schader raus. So, jetzt geht's, jetzt geht's total flüssig. Jetzt hab ich 30 FPS. Ja, der Schader, ey. Hey, es geht doch nicht flüssig. Ja, aber. Es liegt trotzdem noch mega. So, jetzt habe ich 60 ohne Shader. Gut, ne? Jetzt sieht man auch ein bisschen besser, weil mit Shader ist alles dunkler, aber dafür macht die Fackel halt Licht. Und es gibt nicht mehr diese Lichtwachs. Und wie gesagt, ich habe einen Smart gefunden. Ja. Hm, toll. Wer ist ein Dir gewesen, der will uns mehr helfen. Ja. Puh. Ha. Geil. Der hat, okay, es sah so aus wie drei Schwarzbrüder, aber der hat nur zwei gedobt. Ähm, da muss ich wohl noch, ach nee. Es ist hier noch, oh Gott, es ist noch ewig weich. Wenn ich diesen Sprung verkacke, Mann. Halbes Herz, Alter. Ich habe den Sprung verkackt. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Da hinten ist ein Skelett, hier ist ein Creeper. Das ist, ich bin schon bei dem Opfer an Wiese, glaube ich. Ist gerade nah? Ja, ist es. Ja. Ich bin bei der Opfer an Wiese. Wenn mich jetzt noch, wenn mich jetzt, okay, ein Zombie. So. Aber ich bin jetzt gleich wieder zu Hause. Ähm, warte mal, es gibt doch hier, ähm, ja, das ist halt jetzt, man kommt jetzt, ja, hier hatte ich ja auch, hier. Äh, so viel, so viel Ransom, ja. Guck mal, man soll auch von hier aus dahin können, zur Skelett-Farm. So, weil dann kann ich nämlich durch den Minengang lang gehen. So, jetzt kann ich nämlich durch den Minengang nach Hause gehen. Ja, ich hatte ja eigentlich vor, das drei Blöcke breit zu machen und dann, wie so in der Minenschacht halt. Alter, das ist ja echt, das ist ja gar nicht so viel. Oh, scheiße. Ich verliere mega Hunger. Was hast du denn hier gebaut? Hey, es ist mega die Verschwendung, hier hast du zwei Schienen zu viel hin gebaut. Wo denn? Ich war jetzt echt, wenn er weiß, dass ich mich da aussteigen kann. Ah ja, okay, hier ist dann, gut, dann weißt du jetzt, wo ich bin. Ja, gut, da hinten, ja, ich bin schon gleich da. Ich dachte, hier wäre viel länger der Minengang. Guck mal, jetzt will ich keine Hunger mehr mehr, ne? Genau, dann habe ich was verloren, gut. Okay. Ja, ich habe auch nicht gerade gute Sachen gefunden. Hm, also, diesen Bruchstein. Ja gut, Gold habe ich gefunden, ne? Zwölf Gold, neununddreißig Eisen. Ein bisschen Eisen habe ich jetzt. Ja, was kommt noch in die Truhe, hier? Was kommt noch in die Truhe? Dann hier, Kohle kommt. Hier hin. Eisen, Gold. Ja, gleich mal den Spitzenkopf. Ja, so. Dann ist der Geburt. Okay, gut. Ja. Ja. Aber wir sagen, das war es schon mit dieser Folge. Und wir sind es bei der nächsten Folge. Let's play. Tschüss. Tschau. Das war's.